Hallo, ich bin Letty Pinar und ich werde den Deutschkurs Easy German übernehmen. Ich freue mich schon auf euch. In der letzten Sitzung letzten Sonntag hatte ich schon die Gelegenheit, zwei von euch kennenzulernen. Für die nächste Sitzung wollen wir ein bisschen einüben, wie man in einem Hotel eincheckt und dafür habe ich ein Check-in-Desk vorbereitet. Ich habe die Hotelrezeption hier in dem Garten vor meinem Haus aufgestellt. Später, wenn ihr Lust habt, können wir uns auch mein kleines Haus hier anschauen. Ich freue mich auf Sonntag. Tschüss! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020